V8, G-Achsen, BMW, Dingsbums, natürlich keine Schwierigkeit hier. Ist ja Kinderkacke. Und da fahre ich ja mit dem Dreirad hoch. Aber immerhin, wir wollen das jetzt mal aufnehmen hier. Da ist ja der 14er eben auch hängen geblieben wie Sau. Alles klar. Ja, Alter, ey, das ist ja kein Hindernis hier. Wo ist denn hier was anderes? Yeah! Und die ganze Schippe ist angemeldet. Verschränkung, Fangbänder. Ja, das war jetzt nur eine kleine Studie. Dass er hier langfahren kann, ist natürlich klar. Hopps, und hier kommen die Achsen einmal im Originalzustand. Keine Panik. Ja, vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020